Es ist halt einfach krank. Die Leute haben so Bock hier, die Leute sind so motiviert. Ja, es macht halt einfach nur Bock. Es ist krass. Es ist jedes Mal immer wieder einen Tacken geiler als letztes Jahr und dann weißt du, du machst ein Festival richtig. Die Crowd ist immer mega, die ganze Crew hier im Background, was viele nicht sehen, ist immer mega und es macht einfach Spaß. Es sind einfach tolle Leute hier. Für mich ist das eins der Highlights des Jahres. Ich finde es geil, dass das Airbeat One immer wieder Länder aufgreift und so ein bisschen. Und es ist nicht nur so, die bauen nicht nur eine Bühne auf, sondern die ziehen das dann noch durch. Und das ist geil. Das macht Bock. Letztes Jahr war schon geil, dieses Jahr war krank. Nächstes Jahr wird unfassbar. Dankeschön. Bis nächstes Jahr. Ciao. Mal.